Jo, Gokum, ich hab die Grippe erwischt, äh, was mach ich denn jetzt? Äh, Digga, ich hab nur ein bisschen Schnupfen, damit kann ich ja wohl noch locker zum Sport gehen. Influencer B, oder die richtige Todesseuche. Ja, und Leute, herzlich willkommen in heutigen Videos. Äh, ja, wie man meinem ultimativen Ghetto-Outfit ansieht, äh, hab ich mal wieder die Seuche. Ja, dank vieler Kollegen, die sich aufgrund von Präsentismus natürlich unbedingt, äh, im Büro auf Arbeit anschleppen müssen, damit sie bloß keine Fehltage haben, aber Hauptsache alle Leute anstecken, alles Mögliche mit ihren Grabbelfingern angrapschen, sei es Kaffeekannen, sei es Türklinken, sei es, was weiß ich was, so, dich dann die ganze Zeit noch so aus nächster Nähe volllabern und dir dann nachher irgendwann sagen, dass sie dann doch irgendwie krank sind. Ja, läuft, ne? So, gerade wenn so eine Seuche im Umlauf ist, dann kotzt einen das richtig an. Ähm, ja, also für alle Arbeitnehmer da draußen, ihr könnt dann übrigens zu eurem Chef hingehen und sagen, Freund, XY ist krank, seucht hier alles voll, also natürlich gilt das nur bei ansteckenden Krankheiten, nicht wenn er ein Bein gebrochen hat, könnt ihr nicht sagen, der hat ein gebrochenes Bein, geht mir auf den Sack, schickt ihn nach Hause, so, aber dann ist der Arbeitgeber in der, äh, Fürsorgepflicht nach Paragraf 618 BGB und muss dann dafür Sorge tragen, dass deine Gesundheit nicht geschädigt wird, was es ja machen würde durch die Grippe so und, äh, muss dafür Sorge tragen, dass die Gesundheit von dem eh schon Kranken sich nicht noch weiter verschlimmert, was sie im Normalfall tut durch Arbeit, ja? Egal wie wichtig der Mitarbeiter ist, egal wie dies, egal wie das, das ist ein Gesetz und das hat so zu sein und das finde ich gut so, ja? Äh, letzten Endes, äh, Lebenszeit ist Lebenszeit egal, ob das jetzt ein wichtiger Mitarbeiter ist oder nicht, so, Lebenszeit ist von jedem gleich viel wert, das ist scheißegal, ob das der Hochingenieur ist oder ob das der, was weiß ich, äh, Straßenarbeiter ist oder der Obdachlose, keine Ahnung, so, ne? Alle Leute haben einen begrenzten Zeitraum auf diesem Planeten, so, und wenn der gefickt wird von irgendeiner Krankheit, was man vermeiden könnte, so, dann ist das ein, ja, da ist nichts mehr mit Mastercard, ne? Das ist dann dieses Unbezahlbare, so. Und, äh, ja, ich, man hört es jetzt natürlich mal wieder ein bisschen in der Stimme, ich habe natürlich mit diesen Leuten zu tun gehabt, so, dementsprechend, ja, krank, ja? So, bei mir, ich bin ja natürlich sehr arbeitgeberfreundlich, bei mir zieht sich das irgendwie immer randlos aufs Wochenende und dann, äh, ja, muss man mal gucken, so. Nichtsdestotrotz ist die Influencer B, da, die, die gerade rumgeht, so, man kann sie wohl vermeiden mit der Vierfachimpfung, äh, ich persönlich bin nicht so der Freund von, äh, Impfungen gegen Grippe und Impfungen gegen irgendeinen Firlefanz, bei wirklichen, äh, Seuchen und, äh, Krankheiten, die man tatsächlich ausrotten muss, so, finde ich das sehr sinnvoll, bei Grippe ist das eine andere Geschichte, äh, da bin ich so ein bisschen halt, hatte ich ja irgendwann mal gesagt, so noch in dieser Findungsphase mit dem Aluminium und mit den Allergien, die da ausgelöst werden und so ein ganzer Kram. Dementsprechend, äh, verlasse ich mich da auf die Sorgfaltspflicht, Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, so, und, äh, naja, gut, ich bin jetzt auf jeden Fall krank. Ähm, ja, das nächste Ding ist, äh, falls es euch auch erwischt hat, denn es hat ja schon ein paar Leute erwischt in Deutschland, so, äh, ein paar mehr, so, ähm, was sollte man machen und was sollte man nicht machen? Ihr seht, ich habe das Ghetto-Outfit jetzt nicht an, weil bei mir die Heizung ausgefallen ist oder weil ich alle Fenster aufhabe. Natürlich ist Lüften immer eine schöne Sache. Äh, nichtsdestotrotz muss euren Körper sowieso mit der, äh, Seuche fertig werden, dementsprechend, äh, ob jetzt gelüftet wird oder nicht, lassen wir jetzt mal dahingestellt, natürlich ist Bewegung und frische Luft erstmal sinnvoll für das System. Dementsprechend sollte man das jetzt nicht unbedingt hinten anstellen, aber nein, bei mir ist es nicht kalt, sondern ich zwinge meinen Körper dazu, eine Hitze zu entwickeln. Ich erzeuge ein künstliches Fieber, weil es noch nicht da ist, vielleicht kommt es noch, so, möglich, Möglichkeit besteht, ich versuche es jetzt gerade im Keim zu ersticken, damit ich Montag natürlich wieder fleißig für meinen Arbeitgeber da sein kann und, äh, Kohle verdienen kann für ihn, äh, ja, und meine Krankheit sich dementsprechend nur aufs Wochenende aushebt, wo ich halt Freizeit hätte, ja, so. Gut, ähm, muss man mal gucken, ne? Ich habe jetzt nämlich auch schon mitgekriegt, dass aufgrund der vielen Krankenkassen, äh, Problematiken, so, also für die Leute, die es nicht wissen, so, gesetzliche Krankenkasse funktioniert so, dass ein Doktor oder ein Arzt, ein niedergelassener Arzt, eine Summe an Patienten hat, die er abrechnen kann pro Quartal. So, und, äh, das ist bei den Ärzten wohl, ja, schon, ich weiß nicht, seit Februar, Mitte Februar erschöpft oder so und jetzt gab es hier, zumindest in Lübeck, so wie ich das mitgekriegt habe, ist alles nur Hörensagen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen, eine Arztpraxis, die gesagt hat, pff, Digga, wir kriegen die ganzen Patienten eh nicht mehr bezahlt, wir machen jetzt erst mal drei Wochen Urlaub. Das sorgt natürlich dafür, dass die ganzen kranken Leute, die kranken Leute werden ja nicht weniger, geschaffelt werden auf die ganzen anderen, äh, Ärzte und dann fallen die aus und dann, ne, weil letzten Endes sind auch die Ärzte und die, ähm, Arzt, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen natürlich auch nur Menschen und die können natürlich auch krank werden, ne, so, und dementsprechend bei so einer Seuche ist das natürlich schon, ist das dann so eine Sache, ne, und dementsprechend fallen die dann alle aus, irgendwann sind die Krankenhäuser überlastet und so weiter und so fort. Was kann man jetzt also tun? Also, wenn ihr krank seid, geht nicht. Zum Sport. Das habe ich ja schon mal gesagt, krank zum Sport definitiv nicht. Alleine, weil ihr selber euch nichts Gutes tut, eure Krankheit künstlich verlängert und natürlich alle möglichen anderen Leute ansteckt. Ihr seid einfach pur asozial. Und genau, das ist auch keine Beleidigung, der Begriff asozial ist genau dafür bedeutend, äh, dafür eingeführt, oder dafür gibt es diesen Begriff, asozial. Es passt nicht in das Sozialgefüge. Du bist halt, aufgrund deiner eigenen Arroganz, gehst du irgendwo hin und verseuchst andere Leute, weil dir das Leben der anderen Leute scheißegal ist oder weil du so dumm bist und nicht drüber nachdenkst, dass das natürlich Folgen hat. Irgendwo bist du ja schließlich auch krank geworden. Ähm, ja, so. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Digga, du bist doch eh beim Einkaufen krank geworden, oder was? Hm. Das ist immer so eine Sache, so. In solchen Zeiten wie jetzt, so, da habe ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Problematik, dass ich, äh, keine Sachen irgendwie kaufe, die von irgendwelchen Leuten angefasst werden, so, ne? Also, von anderen Leuten, so, sondern halt tatsächlich nur abgepackte Sachen. Äh, ich habe Handdesinfektionsmittel zu Hause und so einen Scheiß. Einfach aufgrund dessen, dass ich mit meiner Lunge halt diese Problematik habe und dass es mich dann halt immer richtig kaputt bummst, weil das halt, hatte ich ja schon mal erzählt, ich ja keine Mandeln habe und das dementsprechend tiefer rutscht und meine Lunge kaputt bummst. So, so, äh, ja, gut. Es ist noch nicht ganz in der Lunge, es ist noch ungefähr in diesem Bereich so. Also, das heißt, es fängt jetzt gerade an zu verschleimen und es geht jetzt gerade zu. Dementsprechend versuche ich jetzt, äh, dagegen anzukämpfen. Also, wenn, was soll ihr machen, wenn ihr krank seid? Geht nicht großartig raus, toucht nicht viele Leute an, sofern es denn möglich ist. Lasst euch krankschreiben, so, desinfiziert, wenn ihr denn tatsächlich noch auf Arbeit seid und ihr nicht wirklich mitkriegt, ob ihr krank seid oder nicht. Desinfiziert eure Flossen, wascht euch die Hände. Diese ganzen standardhygienischen Sachen, auf die irgendwie keiner mehr Rücksicht nimmt, äh, weil man ist ja eh krank, es geht einem eh scheiße und dies und das. So. Der nächste Schritt ist dann halt, wie gesagt, warm einpacken und dann haltet euer Protein oben, ja. Euer Körper braucht Protein, um natürlich seine Abwehrkräfte zu, ja, zu aktivieren, am Leben zu erhalten, was auch immer. Ähm, er muss seine Killerzellen bauen, er muss Schleim beispielsweise auswerfen, so, wenn es denn dann irgendwann so ist. Und, äh, ja, Schleim ist irgendwie auch Protein, auch wenn das, na, gut. Und, äh, dementsprechend, äh, ja. Flüssigkeit, rehydrieren, ständig trinken, aber für Leute, die mein Trinken-Video gesehen haben, äh, wir trinken ja eh alle eigentlich ausreichend, aber das auch nicht einschlafen lassen, wenn man denn krank ist, ja. Bei mir kommt noch dazu, ich lade hin und wieder immer mal so ein bisschen den Akku auf, in dem ich heiß duschen gehe, so, also tatsächlich heiß, so, rote Haut, kochen, ah, es brennt, so, Hummer-Style. Dann wieder dick anziehen, damit halt im Prinzip einmal der Körper so überhitzt wird und das Ganze drin gehalten wird. Und dann seht ihr ja hier, es läuft immer fleißig die Suppe, ja. Ähm, ja, jetzt, wenn ihr baden gehen könnt, dann geht baden. Ich hab zwar eine Badewanne, aber wenn du 1,90 groß bis 130 Kilo schwer bist, dann hängt da irgendwie mehr raus, äh, als dass du wirklich im Wasser bist, dementsprechend bin ich dann eher so der Freund vom Duschen. Ähm, ja. Und, äh, wie gesagt, das ist, glaube ich, der Punkt. Also, wirklich warm einpacken, äh, natürlich Wasser trinken oder Flüssigkeit zuführen, Proteine zuführen, wenn ihr denn wollt, Fette zuführen und natürlich Vitamine zuführen, so. Das ist halt so im Prinzip der ganze Firlefanz und der ganze Zauber. Es ist nichts anderes. Ihr könnt im Prinzip nur dafür sorgen, dass ihr nicht noch mehr Leute ansteckt und noch mehr Leute verseucht und was auch immer, ja. Ja, wie gesagt, nochmal ganz wichtig für alle Leute, die da draußen denken, sie wären der große Held im Erdbeerfeld, so, nein, so eine Grippe kann tödlich enden. Ich glaube, an dieser Influencer B sind 140 Leute oder was schon gestorben. Dieses Jahr ist natürlich doof. Für so ein Industrieland, so, äh, wenn ihr jetzt natürlich irgendwo im dritten Weltland werdet, da wäre die halbe Bevölkerung weg. Ähm, ja, und dementsprechend ist es halt für Leute, die Probleme mit der Lunge haben, äh, also so Asthmatiker und sowas, so, ne, dann, äh, Probleme mit dem Herz haben, also möglicherweise Bluthochdruck oder Herzrhythmusprobleme oder solche Geschichten. Ähm, ältere Leute, Kinder, so, das sind halt Leute, die halt dann dementsprechend besonders auffallen und besonders aufpassen müssen. Und, äh, ja, gerade unterstützte Sportler können natürlich auch noch in diese Kategorie fallen, also für die Leute, die ihr Herz nicht kontrollieren oder für die Leute, die viel Masse mit sich rumschleppen oder für die Leute, wie ich jetzt beispielsweise, die die Lunge hintengegen haben, äh, da kann das natürlich dann schon, ja, eine problematische Geschichte werden. Dementsprechend nimmt die ersten Anzeichen ernst, reagiert, macht was dagegen, warm einpacken, wie gesagt, äh, diese klassische Hühnersuppe mit Karotten, äh, da ist alles drin, Flüssigkeit drin, Proteine drin, äh, irgendwie Vitamine noch drin, so, äh, so, ne, also das sind so diese alten Hausmittelchen. Gut, und dann, äh, ja, hoffen wir, dass die Scheiße halt irgendwann vorbei ist und dass die nächste nicht so schlimm wird, weil jetzt vielleicht ein paar mehr Leute wissen, also ihr und so, und jetzt auf Arbeit raste ich halt auch schon ein bisschen aus, so, weil es mich halt mega ankotzt, ähm, dass du dann halt da irgendwie immer so eine Seuche mitnimmst, weil irgendwelche Leute sich denken, ja, ich bin so wichtig, wenn ich ausfalle, dann läuft der ganze Laden nicht mehr, da soll lieber der ganze Laden ausfallen, aber ich habe keine Krankheitstage in meinem Buch stehen. Ja, asozial, dafür ist dieser Begriff asozial. Gut, äh, das soll soweit gewesen sein, kurzer Rant, Goko sappelt, keine Ahnung, vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgegeben, so, also das, was die Oma schon immer gesagt hat, ins Bett dick einpacken, Hühnersuppe dabei, viel trinken, Tee, dies, das, ja, passt immer noch, funktioniert immer noch und letzten Endes alles, was ihr machen könnt, sei es Schleimlöser, sei es, äh, Entzündungshemmer, sei es Fiebersenker, diese ganzen Geschichten, ähm, braucht man eigentlich im Normalfall nicht, natürlich jetzt nicht übertreiben und sagen, ja, hier, 41 Komma Fieber, äh, ich, äh, brauche das nicht, so, ne, dann wird es natürlich irgendwann schon ein bisschen problematisch, aber letzten Endes hast du ein Immunsystem und das Immunsystem soll halt, es macht ja nichts anderes, es wärmt dich auf, so, und dementsprechend erzeugt es genau diese Hitze, damit halt irgendwelche Proteinstrukturen, sei es jetzt von Viren oder sei es von Bakterien, denaturieren und dann kaputt gehen, ja, so, und das ist halt das Ziel und, äh, dazu noch ein bisschen das Immunsystem boosten, den Körper ein bisschen entlasten, dadurch, dass man halt eben keine schwere Arbeit macht, dass man halt auch nicht zur Arbeit geht, sondern sich krankschreiben lässt, äh, dass man definitiv nicht zum Sport geht und so weiter und so fort, ja, also, relativ einfaches Video, so, war jetzt halt auch nur so ein, ich muss mich mal auskotzen, Video, ja, wie gesagt, geht zu eurem Chef, Paragraf 618 BGB, falls irgendwelche Leute da mit, sei es Durchfallerkrankungen, und hier kriegt das mit, so, weil er so, ah, ich muss schon wieder kacken und so, ähm, sei es halt mit solchen Seuchen, wie hier sowas, ne, also alle ansteckenden Geschichten, da, äh, sind die Chefs dann dazu verpflichtet, da zu sagen, ja, äh, im Sinne der Fürsorge, äh, ich schicke jetzt entweder den nach Hause oder der ist so wichtig, den stecke ich ins Quarantäne oder ich, ähm, mache irgendwelche, äh, abgesperrten Bereiche oder irgendwie sowas, ne, beispielsweise diese Rauchergeschichte ist ja auch so ein Ding, äh, es ist jetzt halt nachgewiesen, dass auch Passivrauchen dich schädigt, dementsprechend, äh, kann niemand mehr sagen, ja, hier ist, äh, äh, hier wird jetzt geraucht, ja, so, das funktioniert nicht, halt vor dem Gericht nicht, äh, weil du natürlich als, äh, ja, dementsprechend dann Nichtraucher halt ein Anrecht auf das, ja, auf deine Gesundheit hast, und die darf halt nicht großartig geschädigt werden, und auch solche Seuchen sollten dann halt dementsprechend eingegrenzt werden und bekämpft werden, ja, so, großartig anderes Video, ja, könnt ihr euch vorstellen, warum ich jetzt keinen Bock hatte, großartig zu recherchieren und irgendwelche Sachen zu machen, in diesem Sinne, äh, ich hau mich jetzt wieder hin, ne, stimmt gar nicht, schneide das Video und dann lade ich es hoch, dann hau ich mich wieder hin und, äh, guck die zweite Staffel Jessica Jones auch nur so nebenbei, weil so richtig cool ist sie auch nicht, ihr könnt ja mal drunter kommentieren, was man sich auf Netflix mal so angucken könnte, ja, weil ich möglicherweise fahre ich die nächste Woche raus, ja, gut, äh, soll es soweit gewesen sein, in diesem Sinne, haut da rein, bleibt gesund, werdet gesund und bleibt geschmallig.